Hallo, hier ist der Brainfucker oder auch Dr. Brainfucker, wie einige von euch mich auch liebevoll nennen. Boris C. Kaiser mit meinem ersten YouTube-Video auf meinem neuen YouTube-Kanal. Und unser Thema heute ist der Islam. Alle sprechen ja momentan über den Islam, alle diskutieren. Ist der Islam gut, ist der Islam böse, ist der Islam für Terror verantwortlich oder ist er vielleicht eine Religion wie jede andere auch? Und ich habe mir gedacht, vielleicht hilft es ja, wenn wir mal schauen, was haben berühmte Persönlichkeiten der Geschichte zum Islam gesagt. Und deswegen gucken wir uns das heute mal ein bisschen an, so ein paar Zitate von berühmten historischen Persönlichkeiten. Und wir fangen an mit Arthur Schopenhauer. Der hat über den Islam gesagt, beziehungsweise über den Koran, ich zitiere, Dieses schlechte Buch war hinreichend eine Weltreligion zu begründen. Das metaphysische Bedürfnis zahlloser Millionen Menschen seit 1200 Jahren zu befriedigen, die Grundlage ihrer Moral und einer bedeutenden Verachtung des Todes zu werden. Wie auch sie zu blutigen Kriegen und den ausgedehntesten Eroberungen zu begeistern. Wir finden in ihm die traurigste und erbärmlichste Gestalt des Theismus. Viel mag durch die Übersetzung verloren gehen. Aber ich habe keinen einzigen wertvollen Gedanken darin entdecken können. Das war Arthur Schopenhauer. Und Winston Churchill hat zum Islam gesagt, Nebst dem fanatischen Wahnsinn, der in einem Menschen so gefährlich ist, wie die Wasserscheuheit in einem Hund, ist die beängstigende fatalistische Gleichgültigkeit. Die Auswirkungen sind in vielen Ländern offensichtlich. Leichtsinnige Gewohnheiten, schlampige Ackerbaumethoden, schwerfällige Wirtschaftsgebräuche und Unsicherheit des Eigentums herrschen überall da, wo die Nachfolger des Propheten regieren oder leben. Eine erniedrigende Sinnlichkeit beraubt dieses Leben von seiner Würde und seiner Verbesserung, das nächste von seiner Ehre und Heiligkeit. Die Tatsache, dass nach muhammedanischem Gesetz jede Frau einem Mann als ein absoluter Besitz gehören muss, sei es als Kind, als Ehefrau oder als Geliebte, schiebt die endgültige Ausrottung der Sklaverei zwingend hinaus. Bis der islamische Glaube aufgehört hat, eine wichtige Macht innerhalb der Menschheit zu sein. Einzelne Muslime mögen großartige Qualitäten haben, aber der Einfluss der Religion lehnt die gesellschaftliche Entwicklung derer, die ihr nachfolgen. Es gibt keine stärkere, rückschädlichere Kraft auf der Welt. Weit entfernt davon, dem Tod geweiht zu sein, ist der Mohammedismus ein militanter und bekehrerischer Glaube. Er hat bereits in Zentralafrika gestreut und zieht bei jedem Schritt furchtlose Kriege heran. Und während nicht das Christentum in den starken Armen der Wissenschaft geboren, der Wissenschaft, gegen die der Islam vergeblich gekämpft hat, würde die Zivilisation des modernen Europas vielleicht fallen, so wie die Zivilisation des alten Roms gefallen ist. Das hat Churchill zum Islam gesagt und ich frage mich gerade, was wohl Chamberlainz über den Islam gedacht hätte. Aber man weiß es nicht. Was man weiß ist, was Atatürk über den Islam gedacht hat. Er sagte, Die absurde Theologie eines unmoralischen Benoinen ist ein verrotteter Leichnam. Das sieht sein Nachfolger Erdogan heute leider ein bisschen anders. Der hat ja den verrotteten Leichnam wieder zum Leben erweckt und er spukt heute fröhlich durch die moderne Türkei. Jetzt werdet ihr vielleicht schon fragen, Gab es denn überhaupt keinen, der auch mal was Positives über den Islam gesagt hat? Haben alle in der Geschichte nur schlecht über den Islam geredet? Gab es keinen, der den Islam gut fand? Natürlich gab es den. Adolf Hitler hat über den Islam gesagt, Haben wir schon die jüdische Welt auf uns genommen? Das Christentum ist so etwas Pfades. So hätten wir viel eher noch den Mohammedismus übernommen. Dieser Lehrer der Belohnung des Helden Turms, der Kämpfer allein hat den tippten Himmel. Die Germanen hätten die Welt damit erobert. Nur durch das Christentum sind wir davon abgehalten worden. Übrigens, das kann ich euch auch mal zeigen. Hitler war auch ganz dicke mit dem Großmufti von Jerusalem. Das habe ich hier drauf. Moment. Kann man das erkennen? Easy E on the cam. Kann man das erkennen? Gebt mir einen Daumen hoch mit Ja. Okay. Ja. Wie gesagt, die beiden waren ganz dicke. Der Hitler war ein gern gesehener Gast beim Großmufti von Jerusalem. Und der Großmufti und seine arabischen Spießgesellen waren auch immer sehr gut darüber informiert, wie die Judenausrottung gerade so in Europa vonstatten geht und auf welchem Stand die ist. Also, seien wir deine Freunde. Und ich sage dir, wer du bist, kann man das sagen. Übrigens, auch Heinrich Himmler war ein Islam-Fanboy, sozusagen. Er hat gesagt, ich muss sagen, ich habe gegen den Islam rein gar nichts. Denn er zieht mir in dieser Division seine Menschen und verspricht ihnen den Himmel, wenn sie gekämpft haben und im Kampf gefallen sind. Eine für Soldaten praktische und sympathische Religion. Der Holocaust-Überlebende Ralf Giordano hat über den Islam gesagt, ich frage mich, wie jemand, dem der Koran, diese Stiftungsurkunde, einer archaischen Hirtenkultur heilig ist, auf dem Boden des Grundgesetzes stehen kann. Das eine schließt das andere aus. Und er hat übrigens auch gesagt, er versteht nicht, warum wir Deutschen es uns gefallen lassen, dass jeder, der den Islam kritisiert, gleich in die faschistische Ecke gestellt wird. Und der Mann weiß wirklich, wovon er spricht, wenn er von Faschismus spricht. Das nächste Zitat hat für viel Aufruhr gesorgt, weil Dieter Nuhr für dieses Zitat neben anderen von einem Islamisten angezeigt worden ist. Und Dieter Nuhr hat unter anderem gesagt, der Islam ist ausschließlich dann tolerant, wenn er keine Macht hat. Und wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass es bei uns so bleibt. Es gibt aber leider auch schon Leute, die trauen sich gar nichts mehr über den Islam zu sagen, auch hier bei uns in Deutschland. So zum Beispiel Dieter Nuhrs Comedy-Kollege Habe Kerkeling. Der hat gesagt, ich würde und werde mich öffentlich mit dem Islam nicht beschäftigen. Aus Angst. Ja, so ist es leider schon teilweise. Und das ist dann auch das, wo man sagen könnte, das könnte gemeint sein, wenn Leute von Islamisierung sprechen. Muss Ihnen natürlich jeder selber sein Bild machen. Ihr habt jetzt ein paar historische Zitate gehört. Damit sind wir auch am Ende. Also wenn euch das Video gefallen hat, wir wollen hier viel machen noch auf diesem Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr es interessant fandet, abonniert den Kanal, teilt es, liked es, schreibt Kommentare. Wir wollen hier diesen Kanal zu einem Leuchtturm der Freiheit machen. Also hier ist theoretisch alles möglich. Wir werden über Politik sprechen, wir werden über Religion sprechen. Wir werden auch einfach über banale Sachen sprechen, wie Entertainment, irgendwelche Promis. Wir werden auch über Partys sprechen. Wer meine ganzen Reportagen kennt, der weiß, da habe ich viel zu erzählen. Gerade jetzt vor dem letzten Wochenende hätte ich auch wieder was zu erzählen. Aber heute geht es mal um Islam und um Politik. Aber beim nächsten Mal kann es schon wieder um was ganz anderes gehen. Grundsätzlich kann es hier um alles gehen. Wir wollen hier wirklich Freiheit leben lassen. Freiheit, wie sie leider immer mehr eingeschränkt wird. Nicht unbedingt so sehr durch Gesetze. Das teilweise auch, kann auch noch kommen. Aber vor allen Dingen auch durch Selbstzensur. Vieles, was in den 90er Jahren möglich war, ist heute leider nicht mehr möglich. Ich kenne es aus dem Comedy-Bereich, ich kenne es aus dem Fernsehen, ich kenne es aus allen Bereichen. Leider, leider nimmt immer mehr die Selbstzensur, streitet immer mehr die Selbstzensur voran. Und davon wollen wir hier wegkommen. Hier ist alles möglich. Alles, alles, alles. Ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, was ihr wollt. Es muss natürlich auf dem Boden der Verfassung stehen. Das ist mir ganz wichtig. Also ich bin überzeugter Verfassungspatriot. Ich bin Demokrat. Und wenn ihr irgendeine verfassungsfeindliche Scheiße schreibt, dann wird es gelöscht. Aber ansonsten könnt ihr schreiben, was ihr wollt. Wir werden hier machen, was wir wollen. Ich werde hier machen, was ich will. Und ich freue mich über Abonnenten. Ich freue mich, wenn ihr die Sachen teilt. Und ich freue mich, wenn ihr auch am nächsten Mal wieder zuschaut. Und damit, tschüss, bis dann. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.